Fragen wir nach bei unserem USA-Korrespondenten Stefan Niemann. War die Trauerfeier ein nationales Ereignis? Ja, das war schon ein nationales Ereignis, was ja live im Fernsehen übertragen wurde. Deutlich bewegend, auch politisch in der Botschaft natürlich. Und es unterstreicht nochmal, dass der Tod von George Floyd in diesem Land etwas ausgelöst hat, was vielleicht historisch ist, vielleicht einzigartig ist. Es ist eine Bewegung, die so hartnäckig gegen Rassismus und Polizeigewalt kämpft, dass sich die Aufregung eben nicht legt nach ein paar Tagen, wie in den vielen, vielen früheren Fällen, über die wir berichtet haben in den vergangenen Jahren. Es sieht so aus, dass die wütenden Proteste, die anhaltenden Demonstrationen im ganzen Land sich jetzt übertragen in politische Debatten über die Frage, wie Polizei zu reformieren wäre. Das Ganze natürlich mitten im Wahlkampf. Die Präsidentschaftswahlen sind ja in weniger als fünf Monaten. Also insofern hoffen die Demonstranten, dass es weitergeht mit der Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema. Viel Aufmerksamkeit haben Sie ja auch bekommen, auch von oberster Spitze. Wie hat der Präsident sich denn heute geäußert? Hat er sich heute am Tag der Beisetzung etwas versöhnlicher gezeigt? Nein, hat er nicht. Er hat sich heute per Twitter anderen Themen gewidmet, hat deutlich längst wieder umgeschaltet auf Wahlkampfmodus. Parolen wie Make America Great Again, also sein Wahlkampf-Slogan, werden da per Twitter wieder verbreitet und alle möglichen anderen Themen beleuchtet. Er hatte ja der Familie von George Floyd, das muss man sagen, am Telefon kondoliert. Das ist schon eine Weile her. Er hatte auch früh davon gesprochen, dass dies ein schreckliches Verbrechen sei, das aufgeklärt werden müsse. Aber seitdem gibt es von Trump eigentlich überhaupt keine versöhnlichen Töne mehr. Nicht in Richtung der Familie und der Freunde von George Floyd und vor allem auch nicht an die Adresse der schwarzen Bevölkerung in diesem Land, die ja unter Rassismus so stark zu leiden hat. Im Gegenteil, Trump präsentiert sich eigentlich seit Tagen als Law and Order Präsident. Er hat sich gestern mit Gesetzeshütern, mit Polizisten und auch Staatsanwälten im Weißen Haus getroffen und hat da dann den schönen Satz gesagt, ja, es gibt Ungerechtigkeiten in der US-Gesellschaft, ja, es gibt rassistische Einzelfälle, Übergriffe in der Polizei, aber 99,9 Prozent und dann korrigierte er sich, 99 Prozent der Polizisten im Land seien gute Kerle. Also so präsentiert sich Donald Trump in diesen Tagen und von ihm heute kein Wort zu der Trauerfeier in Houston. Also eine ganz, ganz klare Positionierung. Joe Biden, sein Herausforderer auf der demokratischen Seite, der kommt ja ganz anders daher. Er hat sich ja getroffen, auch mit der Familie von George Floyd, hat auch eine Videobotschaft zur Trauerfeier gesendet. Hat er da eine neue Rolle gefunden? Nein, die Rolle spielt ja schon ein bisschen länger. Schon während der Corona-Pandemie hat Joe Biden erkannt, dass er vielleicht in der Rolle des Tröstlichen, des versöhnenden Landesvaters einen Kontrapunkt setzen kann zu diesem polarisierenden Präsidenten und hat sich sozusagen in einer gütigeren Rolle gezeigt von seinem Keller in Delaware aus, wo er sich vor Covid-19 sozusagen in Sicherheit gebracht hatte. Aber Sie haben recht, er hat der Familie von George Floyd persönlich konsoliert. Er ist nach Houston gereist, hat sich mit denen länger getroffen und unterhalten, hat eine Videobotschaft zu der Trauerfeier geschickt, die sehr persönlich war, an die Tochter des Getöteten, an die ehemalige Ehefrau gerichtet, aber auch eine politische Botschaft und ein Versprechen enthielt, nämlich jetzt sich endlich zu kümmern um die Bekämpfung des Rassismus in diesem Land, um diese große amerikanische Wunde, wie er das nannte. Es gibt aber, das muss man auch sagen, auch offene Zweifel daran, dass Joe Biden bei diesem Thema jetzt für wirkliche Reformen steht, weil er einfach schon jahrzehntelang in der Politik ist, wenig bewirken konnte in dieser Hinsicht, auch an der Seite von Obama, nicht über die acht Jahre im Weißen Haus als Vizepräsident. Also es gibt bei den schwarzen Demonstranten, die wir getroffen haben hier in Washington, durchaus Skepsis, ob Joe Biden nun wirklich der kämpferische Kandidat ist, der für ihre Sache mehr bewegt als andere vor ihm. Wer kann denn dann was für diese Sache bewegen? Gibt es denn da überhaupt jemanden? Gestern gab es ja auch von den Demokraten immerhin einen Gesetzesentwurf, der eingebracht wurde. Wo sind denn da diejenigen, die gegen Rassismus, für neue Polizeigesetze tatsächlich kämpfen können? Also die meisten Demonstranten hoffen, dass aus dieser Bürgerrechtsbewegung der Neuen oder Alten Neuen, wenn sie so wollen, in der Tat eine politische Bewegung wird, die auf breiten Rückhalt in der Bevölkerung stößt. Bei Schwarzen, bei Latinos, aber eben auch bei vielen Weißen. Es ist eigentlich zwei von drei Amerikanern klar, dass diese rassistischen Übergriffe bei der Polizei keine Einzelfälle sind, sondern dass da eben doch systemischer Rassismus dahinter steckt, dass man dem begegnen muss. Insofern glaube ich, dass eine politische Diskussion über Polizeireformen jetzt das erste sein wird, was die Demokraten anstoßen im Kongress. Ob die Republikaner, die ja im Senat die Mehrheit haben, dem folgen und ob Gesetze eventuell von Trump in einem Veto belegt werden, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Stefan Niemann, herzlichen Dank für die Einordnung und guten Abend noch, Washington. Danke.